Musik EvoLand kam offenbar ganz gut bei euch an, ansonsten wäre es ja nicht hier zu einem weiteren Teil gekommen. Ich bin ein Stückchen weiter gelaufen und habe hier eine weitere Kiste gefunden. Und da sehen wir, sah fantastisch aus, als seinerzeit 1990 eingeführt, als es 1990, habt ihr ja selber gelesen, ich bin hier noch etwas verwirrt. Und eine weitere Begegnung, noch ein Emuk, angreifen, Feuer! Ja, und der kann mich für ungefähr 10 treffen, das heißt, wenn ich jetzt bei Trefferpunkten unter 10 oder unter 12 oder so gelandet bin, dann sollte ich vielleicht mal einen Trank nehmen oder irgendwas. Ich habe erst mal 50 Gliss gewonnen. Hä? Ortsname, hier erfahrt ihr die Namen der Orte, die ihr bereist. Okay. Dann haben wir wieder so komische... Ach du lieber Gott. Ich will aber gar nicht hier alle töten. Muss das sein? Na gut. Und dann geht es ja offenbar dann weiter. Also wenn man die... Uah! Wenn man die getötet hat, da in dem... Da, wo die sind, da... Scheint offenbar, dass... Ne? Vielleicht müssen wir ja gar nicht. Wollen wir auch mal weiter gucken hier. La, la, la. Toll, hier geht es nicht weiter. Hey, kein Weg mehr. Hey, Speicherpunkt. Hey, hier geht es nicht weiter. Hey, hier muss ich wohl doch töten. Okay, ich hätte ja gerne eine schöne Rüstung, dass ich auch mal wenigstens Eintreffer oder so ab... Äh, 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 abvertragen kann. Aber... Ja, das ist wohl noch nicht. Ist auch ein bisschen was wir tun wahrscheinlich. Ja. Und deswegen müssen wir die auch mal so hier niedermördern. Ich mörder die nieder. Erinnert mich jetzt um eine der ganzen Sachen, die man auf YouTube finden kann. Äh, TeamSpeak-Kiddies und so, ne? Eines, äh... Meiner Lieblings-YouTube-Videos dazu ist, äh... Cheater wird veräppelt oder so. So, hier, Truhe freigeschaltet. Alle Monster dazu kann ebenfalls Schätze freischalten. Okay. Äh, jedenfalls, da wird irgendwie so ein... Warum ist die Musik in den Dörfern so shit... So nervig? Ich hab's immer eingeschaltet. Ja, was ich erzählen wollte. Also, da war dann irgendwie so... So ein Kiddy im Counter-Strike-Clan, ne? Au. NSC. Endlich jemand zum Reden. Oder auch nicht. Hallo. Hallo. Tut mir leid, mit Kindern rede... Was bist du denn für einer? Ich rette hier bald die Welt und du willst mit mir reden. Ja, ich glaube, es hackt. Aber in die Tür kann ich auch nicht... Hm? In die Tür kann ich auch nicht reingehen. Naja, jedenfalls, ich mach die Musik mal wieder aus, weil sie wirklich laut ist. Äh... Lass mich in Ruhe und spiel mit den anderen Kindern. Ja, ich will... Da... Vogeln, ich weiß ja nicht genau. Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Richtig. Wenn ich bloß den... Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich... Kein Kind mehr. Okay. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Wir sollen also diesem Kind Samen bringen. Zu wachsen. Was will der hier? Achso, der redet nicht mit Kindern. Ja, das hatten wir ja schon, das Thema. Hier komme ich nicht rein. Also, wir müssen zu irgendeinem Brunnen. Oh, mal gucken, ob wir einen Brunnen finden. Einen Brunnen. Ah, eine Truhe. Sehr gut. Hallo. Freigeschaltet Häuser betreten. Ihr könnt jetzt beliebig in der Privatsphäre anderer hier eindringen. Das ist natürlich auch... Hat man sich vorher nie Gedanken dazu gemacht, dass man einfach in so Häuser reingeht und dann da... Okay, hier ist ein Bett. Hier kann ich nicht schlafen. Hier ist ein Nachttisch. Hier kann ich kein Buch drauflegen. Hier ist ein Kamin. Da kann ich nicht... Das Buch heißt Mein Krampf von A.Zephyros. Klingt nicht besonders unterhaltsam. Ja, deutscher Humor. Die Rettung der Welt mit Heldenkristallen. Von H.Zakaguchi. Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. Da lag doch auch noch was. Okay, hier haben wir einen Schrank. Ich habe einen Trank gefunden. Yay, Trank gefunden. Und eine Truhe. Gast wird. Falls ihr etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch. Zu einem fairen Preis. Ja, meistens eben nicht. Besonders in den ersten Leveln von so Spielen damals. Ihr seht müde aus. Dann möchte ich gegen 10 Gliss in unserem gemütlichen Gasthaus ausruhen. Nein. Gerade in früheren Rollenspielen war es dann so, dass immer in den ersten Leveln das Gasthaus viel zu teuer war. Die Legende von Kefkars Geist. Village People. Hiesige Legenden, glaube ich. Okay, das ist nur eins. Hier gibt es nichts mehr. Hier liegt ein Schlüssel. Würde ich gerne mitnehmen. Aber den kriege ich nicht. Okay. Ja, dann haben wir dieses Haus intrudiert. Dann gehen wir mal hier weiter suchen. Irgendwo muss ja jetzt ein Brunnen sein, wo wir reinfallen. Wollte ich gerade sagen. Wo wir den Samen rausholen. Was haben wir hier? Gar nichts. Ein Fenster. Ui. Was haben wir hier? Alle eure Truhen. Was? Alle eure Truhen sind gehört zu uns. Da gab es wohl ein Übersetzungsproblem. Ja. Eine wunderbare Anspielung auf die ersten Übersetzungen von unter anderem von Spielen von Sony zum Beispiel. Die einfach mal so Google-Übersetzer haben drüber laufen lassen. Freigeschaltet Ladeninhaber. Ihr könnt jetzt, äh, bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Gieß ausgeben. Guck mal, was hat denn für uns hier? So. Tut mir leid. Der Nationale Schwertverband verbietet uns Waffen erkenne. Ich beginne ein Muster zu erkennen. Erkenne, wenn ich ehrlich bin. So. Und weiter geht's hier mit unserer Reise durch das Dorf. Da sind wir ja wahrscheinlich noch gar nicht mal so überall durch. Und da ist der Brunnen. Und da ist der Onkel. Wenn ihr nicht lieb seid, kommt der böse Kefkas-Geist und frisst euch auf. Auch da ein kleiner... Diese Tür ist verschlossen. Was sich wohl dahinter verbirgt? Da ist der Schluss bestimmt im Briefkasten. Nicht. Okay. So, was haben wir hier noch? Hier, das eine Haus. Da geht man auch noch rein, bevor wir das ja vergessen. Und hier finden wir eine weitere Truhe. Einen weiteren Schrank mit ohne. Eine Truhe mit... Die Karte Torque. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Das scheint also so ein Spiel zu sein, was man im Spiel spielen kann. Das Medium ist die Massage von Mac McLuhan. Wie passend. Schlafen kann ich nicht. Und hier haben wir der ultimatiere Führer für alles von S. Miyamoto. Ein absolutes Genie. Na, Miyamoto, Einspielung. Ihr habt einen Trank gefunden. Wunderbar. Ja, also dann hier Fässer. Nee, keine Fässer. Blümchen. Nein, keine Blümchen. Dann gehen wir mal in den Brunnen und schauen, was sich dort verbirgt. Oh, hier geht ein bisschen Gedudel an. Ich möchte den Brunnen betreten. Ja, Vorsicht, hier ist es dunkel. Freigeschaltet. Geheimer Ort. Was zum Teufel habt ihr hier zu suchen? Da ist mein Samen. Also, nicht mein... Also, ihr versteht schon, ne? Ihr habt einen merkwürdigen Samen gefunden. Wolltet ihr ihn essen? Nein. 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 Ja, dann esse ich ihn halt. Ach. Größer werden. Was haben alle diese Kinder in Videospielen zu suchen? Ja, also jetzt habe ich den Samen gegessen und bin größer geworden. Sehr gut. Dann können wir jetzt ja wieder rausgehen. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Ja, schön für dich. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Nee. Äh, nee. Die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Eigentlich liegt Kefkas Geister. Doch noch kein Abenteuer ist zurückgekehrt, um uns von da... von... zu erzählen. Ich beginne, ein Muster zu erkennen, wenn ich ehrlich bin. In den Höhlen da vorne gibt es... Mit eurer derzeit auslösen lassen wir euch nicht vorbei. Ja. Das war also besser aus, was tun? So kann ich ja nicht Musik und Geräusche getrennt abstellen. Willkommen in Papunika. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Ja, jetzt redet er mit mir, oder was? Das ist ein Kerl hier, wie unser Oma. So, der Waffenverkäufer, der... Bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. Danke. Ja, okay. Äh, wir kaufen... Eine seltene Karte. Eine Kupferrüstung. Eine langen Schu... Hey. Da muss ich jetzt mal ein bisschen mehr Geld verdienen, glaube ich. Scheint es. Keine Ahnung. Erwachsene sind nicht lustig. Ja, wenn... Ja, Samen habe ich selber nicht gegessen. Wieso ist der Dialog nicht umgesprungen? Hm? Oh, diese Musik. Samennerwe. Nein, ich möchte kein Bett mieten. Vielleicht können wir ja irgendwo noch weiter nach Norden gehen hier. Weil, das wurde ja angedeutet. Was haben wir denn hier alles im Inventar? Nix. Samen Trank. Zwei Spielkarten. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht weit mit. Ja, und wie soll ich da eine bessere Ausrüstung bekommen? Vielleicht müssen wir zunächst einmal noch weitere Abenteuer im Süden bestreiten. Statt im Norden. Schauen wir mal. Dann könnt ihr mal schreiben für den nächsten Teil, wie ich das mit der Musik machen soll. Die mache ich jetzt mal wieder aus, nämlich. Mache ich die, nämlich. Und eine Begegnung. Angreifen. Ja, den Emuk. Ich trinke mal gerade einen Schluck hier, während das das spannend ist. Ja, äh, ne? So. 33. 7. 50 Gliss. Na guck. Geht doch. So, jetzt gehen wir mal hier ins Geplänte. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas entdecken abseits der Wege. Weil hier sind ja so Blärmel. Aber in die Be... Oh, ein Schleim. Okay. Gegenstände. Nein, noch nicht. Angreifen. Schleim. Mal gucken, für was der mich trifft. Für 7. Okay. Angreifen. Schleim. Und er ist schon tot. Und 50 Gliss gewonnen. Na, das ist natürlich... Also können wir jetzt ein bisschen hier rumlaufen und ein bisschen Geld verdienen. Und mit dem bisschen Geld verdienen können wir uns dann ein bisschen Ausrüstung kaufen. Ein weiterer Emo. Hey, Emo. Nochmal. Ja, wenn er mich kritisch trifft, dann bin ich wahrscheinlich tot. Genau, deswegen nehmen wir jetzt einen Trank. Ja. Ah, okay. Der gibt 50, der Trank. Gut zu wissen. Und 50 Gliss bekommen wir. Wenn er einen Trank natürlich jetzt... Da müssen wir mal gucken, was so ein Trank kostet. Ob wir uns den dann einfach mal immer mitnehmen. Dass wir ein paar Tränke einstecken haben, wie es so schön heißt. Wenn man WoW in Raid geht. Hast du einen Trank einstecken? Jo, alles dabei, ne? Okay. So. Ja, also. Zwei Videos habe ich jetzt davon gemacht. Schreibt mal bitte, wie ich das mit der Musik handhaben soll. Ich kann es so einstellen, dass die Musik aus ist. Aber wenn man die Geräusche hört... Ich finde es ein bisschen nervig mit der Musik so. Ganz ehrlich, könnt ihr mal die Kommentare schreiben. Und ihr könnt die Kommentare schreiben, ob ich noch weitere Folgen drehen soll. Denn es bleibt natürlich nicht hierbei. Das Spiel entwickelt sich immer noch weiter. Wenn ihr euch erinnert, wir haben... Ah, verschluckt, Entschuldigung. Wir haben in der 2D-Grafik gestartet und so. Mittlerweile sind wir hier dann doch schon etwas vorangeschritten. Und können also jetzt... Haben wir ja ein bisschen Geld verdient. Jetzt können wir zum Beispiel schon mal hier ein neues Schwert kaufen. Vielleicht ist das ja hinreichend dafür, uns dann gleich... Erstmal verkaufen. Und so 20 Tränke. Hallo? Kaufen. Langschwert. Kupferrüstung. Ja, Kupferrüstung haben wir gekauft. Ich noch was kaufen hier. Langschwert. Freigeschaltet ausrüstet. Ihr seid jetzt zum Kampf gegen stärkere Monster bereit. Okay, also das wäre jetzt das, was wir im nächsten Teil machen würden. Und... Muss ich das noch irgendwie anlegen? Nee. Habe ich nicht eben noch irgendwie so ein Inventar-Ding gehabt? Wir schauen mal, ob wir jetzt durchgelassen würden. Und wenn dem der Fall ist... Was für ein Deutsch rede ich eigentlich hier die ganze Zeit? Wenn dem so ist... Ach, guck mal, hier ist das fast weg. Aber ich habe kein Schwert in der Hand. Wie rüste ich denn hier Gegenstände aus? Oder kann ich hier im Dorfbereich gar keine Gegenstände ausrüsten? Kann ja auch sein. Jedenfalls. Wenn ihr wollt, dass es weitergeht, dann schreibt es in die Kommentare. Oh, er zwungl... Oh, oh. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Sie wurde wohl von diesen Monstern angegriffen. Ei, ei, ei. Ja, also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Schreibt in die Kommentare, wie es weitergehen soll und ob. Und ich würde mich freuen über euer Feedback. Eure Daumen. Empfehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.